hallo beim kurzen spiel gibt es ein fehler den ich immer wieder sehe und der so vermeidbar ist und das ist folgendes beim greifen des schläges ich habe zufällig ein sandwich jetzt in der hand gehabt ich habe einen kleinen pitch gemacht sieht man immer wieder wie golfer den schläge so halten so wenn du meine hände anschaust was meinst du ist jetzt verkehrt ja es ist meine untere hand die rechte hand die ist zu stark nur was bedeutet eine hand die zu stark ist beziehungsweise zu sehr nach rechts gedreht das bedeutet dass ich dass ich sehr leicht den schläge schließen kann und was mehrere doofe dinge passieren die bälle fliegen nach links sehr sehr häufig fliegen deine bälle nach links bitte gucken weiter und wenn die bälle nach links tendieren was machen die golfe die schwingen dann mehr nach rechts und das ist problematisch weil dann der boden oft zu früh getroffen wird und noch schlimmer bälle werden manchmal mit der hacke getroffen das ist nur eine kompensation für einen ball der nach links fliegt und das ist der grund außerdem wenn ich den schläge so halte und es gilt übrigens auch für bunker schließe ich den schläge so und durch das schließen kommt die vordere kante des schläges in den boden und der schläge bleibt hängen und dann kommen diese doofe fette schläge so bitte du musst es nur tun ich tue das jeden tag mit meinen schülern und die sagen mir immer wohnen wenn ich den schläge so halten muss in die finger das ist jetzt richtig und die hand so schließe dass das v zum kind zeigt dann ist es so ein komisches gefühl ich habe das gefühl dass ich keinen halt habe ich habe das gefühl dass ich nicht winkeln kann dieses gefühl habe ich auch vor 30 jahren gemacht und gehabt und man muss sich nur daran gewöhnen und danach fühlt sich toll an du wirst jetzt mit diesem griff ein gerade schlagfläche haben ein viel höheren und geraderen ball flug so einfach machen ausprobieren es wird dir gefallen es wird ein kurzes spiel wahrscheinlich ganz zum positiven ändern so mit meiner hand so kann der schläge sich nicht schließen und hier kann ich ein ganz entschlossener kleine kurzschlag auf die fahne machen rechte hand wird dir helfen danke für das zugucken und ich hoffe dass ich dich irgendwo auf der welt bald sehe tschüss so